heutigen Stream, ja, äh, zum zweiten heutigen Stream, ja, ich bin auch gerade in Löwenstein, weil ich was geguckt habe, aber es geht jetzt hier runter in die Elona-Lusslande, ja, ich werde natürlich versuchen, so viel wie möglich jetzt zu erreichen, uns fehlen, äh, beziehungsweise, ich sehe gerade, ich habe drei von acht Punkten da schon frei, wollen wir mal gucken, ja, an der Rüstung hat sich auch ein bisschen was getan, äh, genau, und zwar, bin ich jetzt auf Kraft, Vitalität, Zustandsschaden, hab mir tatsächlich, äh, hier ein paar Infusionen gegönnt und Zustandsschaden und Vitalität drauf, und der Stab hat sich insofern verändert, er hat noch keine Infusionen drauf, aber hier Verdorbenheit und halt die überlegene Sigille der Pein für Gegnern und um euer Ziel nach einem kritischen Treffer fünf Sekunden lang zwei Stapel einnehmen zu haben, und das ist soweit auch ganz nice, und die, die heute morgen da bei waren, die wissen es, ich habe jetzt endlich meine Himmelsschuppe, so, was schon mal ein sehr, ja, guter, ja, Vorsprung ist, oder, da folgt es hier auch immer, so, aua, man, kann, auch ein guter Ding, äh, also im Test geht es vorhin besser, so, und der Gitter, zurück, genau, so, nochmal das Leben etwas aufpushen, jetzt muss ich nur gerade schauen, wie kam ich hier nochmal rein, ich kann es ja mal mit der Himmelsschuppe versuchen, glaubt es aber nicht, genau, ähm, ich weiß, dass man hier, dass, ja, hier war es, okay, gut, dann muss ich hier auf den Webebrochen gehen, upsala, ein bisschen weiter, hier ging es rein. Hä? Moment mal, wieso ist jetzt der Punkt hier? Ja, ja, aua, blöd Ding. So, ich weiß gar nicht mehr, was hier war, ah, komm, okay. Jawoll, ich kann sie runterziehen, das ist schon, aua, äh, eingeschritten. Ja, solange ich jetzt nicht hier noch, ähm, ah, so eine blöde Hydra mit einmisch, ich muss mich jetzt natürlich, ja, weil ich mich ja, ähm, äh, kann ich treppen, ah, ja, okay, äh, ja, ja, das wollte ich gerade sagen, überlebe ich nicht, ja, sag ich doch, aber den Punkt habe ich, es war übrigens auch nicht der Punkt, wo ich eigentlich hin wollte, hm, egal, äh, so, also, äh, das Ding hier mit den Hydra, ich finde, die haben sie meiner Meinung nach ein bisschen zu OP gemacht, aber das ist nur meine persönliche Meinung. So, habe ich jetzt die Punkte bekommen, oder? Ja, hat, upsala, hatte ich die schon, ja, den Punkt hatte ich tatsächlich schon, schade. Und das heißt, ja, 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 ihr mich auch. So, war das hier durch? Nein, hier durch war es nicht. Ich weiß, dass es hier irgendwie einen Eingang gab, den, oh Mann, ja, hier ist der Eingang. Und ich befürchte, das ist hier, warum, ähm, nee, Wartet mal. Oxala. Ah. Nee. Das war es nicht. Hier war es auch nicht. Ähm. Wie kann man da, upsala, Entschuldigung. Wie kann man da jetzt wieder rein? Äh. Hier rüber kann man auch nicht rein. Ich weiß, dass es einen Eingang gab. So, jetzt muss ich mal gerade hier, ich hoffe, ich stehe hier etwas in Sicherheit. So, B, äh, ist falsch. Map wollte ich. Da kann man doch nicht nur, nur über das Event rein. Da kann man, meines Wissens nach, nicht nur über das Event rein. Weil das wäre blöd. Und das ist jetzt schon wieder, ja, der falsche Weg. Wie kam ich da nochmal rein? Weil mit Springen und so weiter ging es meines Wissens nach eben nicht. Ja, ja. Okay. Höher, uah. Höher kam ich hier nicht. Ouch. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ist ja nicht. Upsala. Ja, 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 ja. äh so ein mieses irgendwas versuch es jetzt mal mit dem A ja so kann man rein ich hoffe, dass ich den Punkt noch nicht habe genau, die Zwiesprache mit dem Ort halten äh geht das nur um angriffen werden jawohl, ja schön das sind 10 Punkte mehr, die ich noch nicht hatte jetzt noch so, ist jetzt mal cool Schattung schön, und ich kann die Himmelsschuppe hier schon einmal ein wenig aufwerten aber es ist halt so, man muss ja tatsächlich alle Dinger machen so, ja komm ist gut na komm danke so, dann muss ich mal gucken ich glaube hier war auch noch ein Punkt ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher also 8 Stück gibt es ja insgesamt das heißt ja so höher geht nicht ja äh was ist das da außer die besiegten Gegner äh besiegten Mitstreiter ja die Herzen sind sind erstmal für mich absolut unwichtig natürlich natürlich kriegen wir äh würden wir darüber auch Epi bekommen und so weiter aber mir ist erstmal wichtig dass wir ja die Punkte für die Elite-Spezialisierung kriegen so dann gehen wir aber ziemlich schnell runter ich weiß nur nicht warum da ist wieder eine Hydra äh ich mag die Viecher nicht äh äh ja okay jetzt zerreißt es mich sag ich doch selbst wenn ich die jetzt besiegen würde würde es nichts bringen da brauche ich glaube ich dann doch den Schweberochen aber na gut egal weiter geht's da haben wir den Schweberochen so jetzt muss ich nur gucken in welche Richtung ich sollte in die Richtung sooo ich glaub's ja nicht all diese Leute werden über den Tisch gezogen wir müssen helfen Lucius hat gesagt ich solle mir keinen Ärger einhandeln ich weiß was ihr könntet mir doch helfen Beweise zu sammeln das würde doch sicher gehen ja ja die Würde ist hab ich jetzt aber keine Lust zu dafür mal abgesehen oh man ja ja lasst mich in Ruhe äh ich hab gesagt wir sollten die Ruhe lassen äh da haben wir den einen Punkt Beherrschungspunkt ja das ist natürlich auch noch verlorenes Wissen wir gehen auf ihren Heisen nach Norden nach Amnu aber die letzte Gruppe hat es nicht bis dort hin geschafft ich habe die Leichen in den Dünn südlich von hier gefunden es sah aus als wären sie von Verschlingern angefallen worden wenn die Verschlinger nicht aufgehalten werden oder die Götter mögen es verhindern sich vermieren wird dieses Gebiet unpassierbar bitte löscht die Verschlinge aus vernichtet sie alle oh äh ich glaube da greife ich mal tatsächlich auf die Hilfe zeigt einer wo Inbesgilde zurück ichiego ich weiß allerdings nicht ob ich den aua ob ich den Punkt schon hatte ich bin nicht so leicht zu schlagen ja das merke ich schon go ich hab mir recht oh, hier geht es gerade nicht vor aua 4% 3% der Aufstieg ist eindeutig euer Schicksal irgendeine Vision gibt es teile? warum auch immer? oder irgendwie auch immer was habe ich denn hier noch? die Gille der Kraft, ok ach, seht ihr ich hab auch total verreilt hier die Nahrung mitzunehmen so, jetzt nochmal gucken ne, ok, den Punkt hatte ich tatsächlich auch schon so den denke ich mal habe ich auch schon, aber ich wir werden es sehen erstmal also ja wo bin ich jetzt? ach, da bin ich ja, mach mal bitte hier danke, die Karte wieder normal so ok, da haben wir einen Aussichtspunkt das ist mir aber erstmal egal äh ja ok ach, das ist so ein ich glaube so ein Schatzgoblin oder sowas das ist mhm na gut die sind mir tatsächlich auch erstmal ein klein wenig egal mhm 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 doch doch hab ich leider da aua äh 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 das oh ja, war klar ja die mit ihrer verfehlung etc ja brauche Unterstützung ja und da liege ich im Drecke auch wenn der Gegner jetzt schon liegt schade äh na gut dann muss ich das ganze ein bisschen anders äh versuchen oh es gibt schon wieder Übersprünge mhm so so muss ich nur mal gucken nein, das ist in die verkehrte Richtung ich hab gesagt, das ist in die verkehrte Richtung ja, ja ihr mich auch so ich glaub's ja nicht all diese Leute werden über den Tisch gezogen wir müssen helfen ähm Lucius hat gesagt, ich solle mir keinen Ärger einhandeln ich weiß was ihr könntet mir doch helfen Beweise zu sammeln das würde doch sicher gehen ähm mag sein, aber nicht jetzt weil ich da gerade doch ein bisschen was anderes zu tun hab Punkte sammeln zum Beispiel okay okay äh hier muss ich äh aufs Land kloppen und das ist jetzt unten aua äh äh was was das wahrscheinlich hier der äh 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 wo ist er denn jetzt äh da ist er da ist er aua benommen ja äh danke ich wollte es wieso habt ihr meine ruhestätte gestört ohne den Tod war sie mein einziger hat schon vor euch geschickt mich zurückzuholen dann wer weiß dass ihr der Aufgabe gewachsen seid hier er kennt mich nicht es ist offen so okay das war der nächste Punkt der uns hier gefehlt hat okay so jetzt will ich mal grad wissen wir haben jetzt noch 23 Minuten wenn ich das nochmal mitnehme 29 also nein das och manno ja aber leider bin ich jetzt auch grad vergiftet so hm 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 so ja 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 und ne tschüss und weg also kann man das leider nicht stacken im Gegensatz zu den xp-sachen die kann man glaube ich stacken was haben wir hier ne Events möchte ich jetzt eigentlich äußerst ja ungern machen muss ich gestehen ich weiß das ist hier auch nochmal ein 50 jahre ich weiß nur nicht ob wir den schon haben ja hier ist das gute arbeit leute aber wir haben keine zeit uns auszuholen jetzt kommt der schwierige teil die anderen gefangenen zu befreien überlasst der barriere ich werde mich im sterben und ja ja mag alles sein aber erstmal muss ich hier weiter die karte aufdecken um zu gucken wo die fehlenden Punkte sind hier ist zum beispiel einer kam ich aber glaube ich nicht hoch also ich würde auch mit der Himmelsschuppe glaube ich hier nicht hoch kommen ja sag ich doch so aber so komme ich hoch mit der Himmelsschuppe ist nicht ich oh ich nicht und nein 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 das ist nicht auch sollt ihr bereit für den nächsten kampf jetzt muss ich allerdings erst einmal da ja 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 Zwiesprachen müssen forthalten. Machen wir. Okay. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal 43 Punkte. Das heißt, freischalten können wir sie schon mal. So. Jetzt muss ich nur gucken, wo... So, ich habe das vorhin einfach so gesagt. Mit dem XP. Das sind die Fachkenntnisse. Genau, hier. Oh, das Ganze ist noch zwei Tage aktiv. So. Wir gehen aber auf die Himmelsschuppe. Ich glaube, wir müssen dann hier rüber. Ja, 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 ja. Äh... So. Nein. So, ist nur die... Ja, du sollst ja nicht weiter hochsteigen. Sondern du sollst ja... ...einfach nur fliegen. Ah, okay. Ein bisschen runter können wir. Damit wir wieder rauf können. Aber jetzt... Okay. Jetzt geht es nicht mehr. Hey. Geht's noch? Aua. 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 Oh, das ist nicht mehr. So. Oops. Oh. Yo, yo. Yo. Und Schuppe weg. So. Ah. Da haben wir den nächsten Punkt. Ne, ne Schuppe. Auch wenn ich jetzt gerade nicht fliege. Oh. Hm. Oh, der war ein bisschen daneben. Okay, da haben wir... Da muss ich tatsächlich meine... Hilfe Alejandro... Helferlein geht. Äh. Oh... Da ist er! Passt du machen dann einfach weiter! Hm, ich nicht. Sooo... Naja, ihr könnt mich mal gerne haben. Ah, ist weiter unten. Okay. Äh... Au! Äh... Ähm... Ich glaube... Hier ist tatsächlich... Nein! Au! Weltboss? Beweis, dass ihr die Antworten, die ihr schon noch wert seid! Na, ich hoffe es doch! Nein! Das ist... Brandmagnia! Oh! Ich habe mich seit der Schlacht von Jahai nicht so lebendig gefühlt! Was? So mache ich das! Wie gesagt, mein Geist! Ein bisschen Leben nachfaschen... Und... Aua! 2%, 1%, 0%! Jawoll! Wir haben nur den Tod! Lasst unser Opfer nicht vergebens gewesen sein! Dritt bei Erhaltung und Kraft gewährt! Ich habe euch eine kleine Menge Mana! Auch okay! Okay! So... Genau! 53 haben wir schon mal! So... Genau! Hier war ja der... Hm... Hä? Achso! Den Punkt hatte ich gerade gemacht! Gut! Das Ding mit der Himmelsschuppe... Äh... Mit der Himmelsschuppe sah ich jetzt schon! Äh... Mit dem... Schweberochen... So... Äh... 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 Sorry! Da hat mir gerade etwas das Ohr gejuckt! So! Dann haben wir auf jeden Fall schon mal den Punkt! Ja, also der... Äh... Boss... Ähm... Mag sein, dass man da viel EP bekommt! Und so weiter! Ja, ich muss nur später... Äh... Ja, ja! Ihr mich auch! Ich muss nur später schauen... Wie gut ich das Ganze mache... Also ein Punkt... Äh... Hier gerade wegen dem... Äh... Verlorenes Wissen... Okay! Moment mal! Hier... War ich doch schon! Hier war ich doch schon! Das heißt, ich schwebe mal hier rüber... Und hier ist glaube ich tatsächlich... Das... Ganze... Jaja! Hier mich auch! Ja, hier die... Kleinen... Skritt... Nö! Die sind mir ehrlich gesagt... Auch ein wenig zu schnell! Okay! Dann ist hier tatsächlich... Das Kartenende! Und ich muss hier... In dem Fall... Wenn ich es richtig gesehen habe... In die Richtung... Bereit! Nein, nein, nein! Gehe nicht zurück! Ja, ja! Nein, nein, nein! Nicht sicher hier! Ja... War klar! Die sind halt einfach... Zu schnell für mich! Und ich bin ja jetzt auch nicht unbedingt... Langsam! Und vor allen Dingen... Warum steht da ein Raptor? Na, egal! Wobei... Es würde mich schon... Wie weit wären wir entfernt? Ach... Verdammt! Jetzt bin ich im... Ah... Ah... Ich mach's jetzt einfach! Ich versuche es! Mehr... Entschuldigung! Mehr als drauf gehen... Hm... Geht nicht! Na komm! So... Ich komm' nicht mit zuhören... Ich komm jetzt runter! Und wenn ich... Wenn du zum TrScken triffst... Mal direkt! So, ich weiß nicht, mach nur. Jo, dann kanalisiere mal. Alter. Ach, da hat man den Kuhnhoch. Boah, sieh nicht. Es wird gut, dass er nicht mal mit der Kamera versuchten kann. Okay, das geht nicht. Okay. Eine gebührende Belohnung. Ja. Oh. Oh. Okay, da hat er seinen Kommandant. Ich glaub's ja nicht. All diese Leute werden über den Tisch gezogen. Wir müssen helfen. Ab. Gelegen. Du sagst, ich solle mir keinen Ärger einhandeln. Ich weiß was. Ihr könntet mir doch helfen, Beweise zu sammeln. Das würde doch sicher gehen. Oh. Ah. Ah. Ja, hier, klar. Die... Den Edelstein hier. Energiefluss bei 30%. Umleitung erfolgt. Jo. Ja, komm. Upsala. Ja, und ich hab jetzt tatsächlich... ... 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 Die Dinger sammle ich jetzt erst mal auf. Oder, Entschuldigung, behalte ich. Das kann weg. Nein, das ist ja in jedem Fall Schrott. Ja, und die Dinger, die können auch mal weg. Braucht sie nicht. Upsala. Ja, hier haben wir ein Herz. Ich weiss. Ich weiss. Ah. Was heißt hier? Wo ist es? Hä? 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 Wie gut ist mein... Jojo. Gefällt mir. Na komm. Aua. Blöder... Ein... Ja. Habe ich nicht gesagt, ob ich die Herzen mitmachen wollte? Egal. Schakal. So. Uah, da haben wir eine Hydra. Und da habe ich so gar keine Lust drauf. Äh, na, da haben wir den Schakal. Oh, es kann natürlich auch sein. Okay. Nö? Die Mood ist mein. Die Mood ist mein. Was ich nicht weiß. Aber was ich nicht... Ach, da war... Stimmt. Hier drin war ja der Beherrschung. Deshalb. Ja, 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 ja. Große Bären. Uah. Ei, 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 ei. Ja, ist natürlich auch blöd. Wenn die Redner nicht abhauen, dann bringt das mit der Pine gar nichts. Genau, da habe ich den Beherrschungspunkt. So. Ähm. Ähm. Oh, und da ist noch eine zweite Hydra. Ab auf den Schweberotten. Ja, 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 ja. Äh, da neben. Aua. Er hat doch nicht getroffen. So, der Land. Oh, Mann, ey. Ach, grüne Leute. Ich weiß nicht, was diese Geister zu bedeuten haben. Also wenn ihr das wisst, könnt ihr es mir gerne sagen. Ich weiß es leider nicht. Okay, hier haben wir nur so einen. Okay, da hätten wir noch einen Beherrschungspunkt gehabt. Genau. Da ist er. Okay. Er ging jetzt wirklich sehr... Ah, da ist er. Sehr schnell dauernd. Oh, okay, Yo, yo, yeah, hey, man geht's noch? Warum hat der Karte in die falsche Richtung... Ich meine, ich will ihn nicht sagen, aber... Hä? Okay, das ist... Ah, hier ist er. Oh, oh. Oh. Ja, 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 ja. Oh, Mann. Nee, jetzt nicht. Alter, das gibt's doch nicht. Ah, wieder verfehlt. Dann ist er so... So, der ist down. So, jetzt weiß ich nicht. Äh, Kampf. Okay, so, dann die... Oh! Ah, ja, ja, ja. Ui, 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 ui. Jo. I-ha. Ich weiß aber, dass ich jetzt noch nicht den Punkt schieben habe. So. Sollte das jetzt 8 von 8 sein? Nein, es war nicht 8 von 8. So. Ja, komm, jetzt kann ich auch reisen. Äh, sind zu wenig Leute da. Ja, ja. So. Ja, da haben wir noch den einen Punkt. Das ist aber erstmal für mich tatsächlich uninteressant. Den haben wir, den haben wir, den haben wir. Ja. Ja, dann kann der eigentlich nur noch rein rechnerisch hier unten sein. Rein rechnerisch gesehen, der letzte Punkt. Und dann geht es darum, wie viele Beherrschungspunkte fehlen mir eigentlich noch. Außer genug. Ja, jetzt habe ich noch 4 und danach fehlen noch 5. Das heißt, ich muss noch mindestens 5, ja, Beherrschungserfolge machen. Wie auch immer. Äh, ich weiß zwar jetzt nicht, warum ich hier einen Apfel habe. Nein. Nein. Du lässt mich bitte in Ruhe. So. Hm. Mal schauen. Ja, da ist der. Ist der letzte Punkt. Äh, in dem Fall muss ich nicht tauchen. Sondern ich glaube, ich muss hüpfen. Finger hüpfen. Äh, upsala. Äh, da ist er. Da ist Gott sei Dank nur Zwiesprache halten. So, das heißt 68 habe ich jetzt. Super. Hm. 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 So. Oh, das heißt, das nächste Gebiet wird dann leider die Öde... Oh nein, da habe ich alle sechs schon. Äh, verdammt. Okay, dann gehe ich gleich wieder zurück. Aber ich muss jetzt hier erst... Öh. Erst einmal schauen. Und zwar... Na komm. Verlorenes Wissen... Öd... Och man. Oh. Verlorenes Wissen Ödlande. So. Verlorenes... Verlorenes Wissen... Übrigens nicht Ödlande, sondern... Elona... Verlorenes Wissen... Elona... Schräg, schräg... Fluss... Lande. Was kriegen wir da eigentlich? Äh, äh... Lässt sich der Text lesen. Okay. So. So. Äh... Äh... Geizung, Erfolg, Elona, Flusslande. Jetzt muss ich gerade gucken. Äh... Wo haben wir denn das... Äh... Gesetzes Wissen Flusslande? So. Eins. Oh Gott. Ähm... Das ist wirklich keine sehr gute Seite. Ähm... 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 Så. Äh... Seite 1. Äh... Äh... Die ist auch nicht so besonders, weil da nämlich... keine Bilder mit vorhanden sind. Einfach ein verlorenes Wissen. Das ist auch nur ein Video. Leider. Ah, da haben wir es. Seite 1. Toll. Seite 1 wird nicht das Totenhaus. Ähm. Okay. Das Totenhaus. Äh. Äh. Ja. Gibt's da auch mal eine Beschreibung, wo das ist? Außer. Ähm. Ja. Toll. Ah, da haben wir zumindestens schon mal eine Grabstätte. Äh. Die Grabstätte. Ah, da ist das Totenhaus. Ach, nö. Jetzt sag mir nicht, da muss man das, äh, Event zu machen. das wäre ärgerlich. Hei, jei, 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 jei. Weil wenn wir da das Event zu machen müssen, ich befürchte aber leider doch, nicht so. Oh, mir ist es. Damals. Oh, mir ist es. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Jetzt geht's mit dem BAM. Ach, wie heißt es mal auch in die KF zu gucken? Ich glaube Darko kann tatsächlich echt nur rein. Oh Leute. Ja, und ich glaube da kann ich auch nicht rüberfliegen. Hä? Äh, vernebeln. Oh doch. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Scheibenhonig. Hm. Also kommt man... Ja, 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 ja. Ja, oh. Oh, lass mal los. Also kommt man... Oh. Tatsächlich sind das Totenhaus... ...nur, ob er eigentlich... ...Meter-Spanish rein oder so. Äh... Ja, das Totenhaus... ...dur. Ja, das Totenhaus... Okay. Ja. 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 Oh nein. So, ihr beiden seid um mal down. Das ist gut. Und ich befürchte... Ja. Ja. Das Vermächtnis Teil 1. Oder Seite 1. Sieben Seiten. Äh... 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 Moment mal. Also es muss doch irgendwie ne Möglichkeit geben hier. Was 2... Was 2... Äh... Verlorenes... Wissen... Äh... Teil 1... Ah, ne. Nicht Teil, sondern Seite. Sei... Na. Seite 1... E... Lohner... Binde Strich... Flusslande... Äh... Seite 1... Äh... Äh... Ah... Ah, Mann. Ah, Mann. Es geht dazu. Es geht dazu. Es geht dazu. Äh... Okay... Leute, jetzt bin ich gerade... Ja, ungefähr da wo der Punkt ist. Meinte er. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, okay. Ähm, Moment mal. Wo befindet er sich da genau? Genau. Na. Gut. Also wir brauchen... ...brauchen den Schakal. Ich glaube nie. So. Durch, wo war ich? Ah, da. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ah, da hat er die Seite. So, schön. Damit haben wir... ...erbte Seite. Mach nicht mehr recht. So. Au. Hä? Wo hab ich denn jetzt grad Schaden gekriegt? So, das lass ich aber vorsichtshalber trotzdem noch mal auf. So, Delle. Zerstört ihre Gräber. Sonst werden sie sich immer wieder ergeben. Ah. Äh. Wir waren doch so, ich habe nicht zu dir. Dies ist das Ende für euch. Oh. ja 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 Das ist das Ende für eure gequälte Seele. Das ist das Ende für ihre Geist. Ich bin hier rein! Ich weiß hier nicht, was ich da? Ich hätte mich auf die Seite nicht. Ja man! Und Bala! die anderen gefangenen zu befreien ich werde mich ja wir haben ja die seite also daher macht gibt mir recht jetzt habe ich einen punkt da war doch gerade Ja, das ist ja gut. Ja, das ist ja gut. Aber ich glaube, ich bin sehr gut. Ich glaube, ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ja, leider habe ich das schon gehabt. So, jetzt, H. Äh, Beherrschung. Wenn ihr, äh, wenn ihr neben Riss, schwebt, schließen sich während ihr, äh, okay, was war eigentlich, ihr könnt jetzt in der Luft auf der Himmelsschuppe aufsteigen. Okay, und das Letzte ist, ähm, oh, genau 300. Das Letzte ist, lernt euch mit eurer Himmelsschuppe von Mauern hochzuh-, ah, hochschleudern zu lassen. Hm, nice. Äh, äh, ne, das will ich jetzt hier nicht so wirklich. So, okay. Das heißt, die Seite haben wir. Dann fehlt uns jetzt, äh, Seite 3. So, Seite 3 ist, ach, die grüne Neune. Am Rande des Berges, mitten der Ebene der Hartien. Ach, die grüne Neune. Wo ist dat denn? Ah, da, ich glaub, das Meta war grad aktiv oder so. Ähm, das Ding mit den Habchen. Ja, das müsste hier sein. Fels der Weissagung. Und ich befürchte, da kommen wir nur hin, äh, wenn wir das Meta-Event mitmachen. Ich mein, äh, hätte ich jetzt nicht unbedingt die Probleme, damit hier nochmal das Meta zu machen. Davon mal abgesehen. So. Upsala. So, irgendwo hier. Ich muss mal grad das Bild vergrößern. Fels der Weissagung. Ich müsste ja hier beim... Na. Beim Fels der Weissagung... Nein. Sein. Ja. Nein, bin ich nicht, weil... Das war grad tatsächlich... Äh, der falsche Fels. Bei dem ich bin. Hier ist der richtige Fels der Weissagung. Bei den Habchen. Hm. Ja, ja, ja. Ui. Alter, jetzt werd ich... Jetzt werd ich aber gleich böse. Ui. Du blödes Ding. So, nee, da haben wir nur eine Truhe. Also, ich glaub nicht, dass hier Seite 3 drin ist. In der Truhe. Nee, ist es auch nicht. Nee, wir müssen auch tatsächlich noch ein bisschen... weiter rum. Äh, daneben. Äh, daneben. Aber... Äh. Ja. Nee. 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 Also hier ist es nicht. Glaube ich zumindest. Ne. Es soll... Hier sein. Ach so. Wie markiert man denn noch mal? Ähm, so. Äh, upsala. So. Markieren. Äh, so. Kompass. Äh, bbbbbbbb. Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb Shift. Alt und... Ah ne, da ist alt. Ah, so. Ja, komm. Ich porte rüber. Egal. Egal. Wie kommt man da jetzt hin? Weil das kann man ja... Ich hoffe, nicht nur machen. Okay. Man muss so hinkommen. Ups, ich bin ein bisschen dicht. Na, schaffe ich es so hoch? Ne. Leider nicht. Also erstmal nicht. Ah, hier sind die Haare. Karpieren. Uppalalalala. Da ist die Seite 3. Äh, Seite 4. Aua. Schön. Sammle die Seite. Super. Dann geht es weiter zur... Äh, 5? Seite. Ne. Seite 6 und Seite 7. Hm. Okay. Seite 6 und Seite 7. So kann ich die... Ah, okay. So. Die soll sein... Wenn ich es richtig sehe... Irgendwo da. Wenn ich es richtig sehe, heißt das natürlich, ne? Hm. Könnte sein. Ich weiß es aber noch nicht. So. 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 Moment. Da ist sie. Okay. Die ließ ich jetzt... Die ließ ich jetzt wirklich sehr leicht finden. Dann sammle diese Seite ein. Eine gebührende Belohnung. Und dann fehlt hier nur noch... Na komm. Sei... Na. Och, mano. Seite 7. Die ist... Da. Moment haben wir da einen... Wegpunkt, der vielleicht ein bisschen näher ist. Oh. Gott. Dann würde ich sagen... Hier, Himmelsschuppe. Auf geht's. Ja, ja. Lass mich hin. Nein. Oh, Mann. Ich weiß nur nicht... ...war... ...rum. Die... Werdet ihr wirklich versuchen zu entkommen? Keine unserer Freunde, die es versucht haben, ist wegen... ...weiter runterrutscht. Ich weiß es nicht. So. Ja, ja. Ihr bisschen lieben Boas. Du alt Schössling. Brauche ich nicht? Bin ich nicht. Auf in den Kasten! Äh... Ja. Hm... Da muss der Schwede rocken da. Und natürlich ist auch mal wieder... ...ne... ...ne... ...nafiel dabei. Eine gesiehrende... ...die Wut ist mein... Egal. Sie kriegt jetzt einen Verkopfgeluscht und Feierabend ist. Und damit haben wir schon den nächsten... ...werden Punkt. Scheiße. Für die Himmelschuppe... ...heben uns... ...jetzt... ...nur... ...noch... ...hastischlich... ...hierabend... ...hierabend. Also, ein Fichent recognized. Hm... Da sagt mir den Cheese. Da. Ja, direkt an der estadien. Hm... ...i... 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 Dezahui... ...i... 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 Okay, gebe ich noch mal ein. Schwebe, rochen, Suche. Da fehlen uns drei, äh, ab drei. Äh, ja. Na, das kann ja lustig werden. Ist keine genaue Beschreibung vorhanden. Was ist das? Ja, das ist das. Nee. Da. Da ist er. Okay, da gehen wir zu dem Schweberochen hin. Mal gucken, ob wir Schweberochenleckereien kriegen, oder ob ich ein Herz machen muss, oder was auch immer gemacht werden muss, um diese Leckereien zu kriegen. Ich hoffe nicht irgendwie mit einem Event oder sowas. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Wie können wir den Geschmiedeten aus dem Weg gehen, wenn wir wieder unterwegs sind? Wir werden nach Osten müssen. Hoffentlich sind wir weit genug im Norden, um nicht auf Erweckte zu stoßen. Die Geschmiedeten haben uns zumindest am Leben gelassen. Seid ihr euch sicher, dass es besser ist, ein Aufeinandertreffen mit den Erweckten zu riskieren? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Aber der Fels der Weissagung wird uns zumindest mehr Decken bieten als die offene Wüste. Außerdem müssen wir so oder so durch die Schicksalsschlucht, um nach am Nun zu kommen. Hm. Na? Okay, das soll ja kein Weg gehen. Hm, das kann einreisen. Okay. Die Bessene, warte. Nachdem ihr medizinische Vorhüte zurückgebracht habt, die Vorräte, wir bitten dich nördlich, unweit von Hannu. Nördlich. Oh Gott. Und wo ist hier bitte Norden? Also die müssten dann, wenn ich es verstanden habe, irgendwo, nee, das ist ja nicht Norden. Und in einer großen Höhle. Ähm. Okay. Und wo ist diese große Höhle? Na? Ähm. Nimm mal den Schakal. Ähm. Nein. Ich glaube nicht, dass das gemeint war damit. Oh, wie kalt war das her. Und da haben wir ein Handelslager. Ja. Jetzt komme ich hier gerade selber durcheinander. Ja. Wie können wir den Geschmiedeten aus dem Weg gehen, wenn wir wieder unterwegs sind? Wir werden nach Osten müssen. Hoffentlich sind wir weit genug im Norden, um nicht auf Erweckte zu stoßen. Die Geschmiedeten haben uns zumindest am Leben gelassen. Seid ihr euch sicher, dass es besser ist, ein Aufeinandertreffen mit den Erweckten zu missieren? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Aber der Fels der Weißsagung wird um zehn des Meerdecken beten als die offene Wüste. Außerdem müssen wir so oder so durch die Schicksalsschlucht und nachher ein Minuten gehen. Peter. Peter. So. Okay, da muss ich mir mal den Kotgrat kopieren. Um da zu gucken. Da. Ja, okay, stimmt. Ist tatsächlich nicht weit. Aber auch nicht so nah, wie ich jetzt dachte. Na gut. Oh, lass mich doch mal. Also muss das hier irgendwie in der Nähe der Spritz. Jetzt muss ich nur noch den Eingang finden. Oh, Moment. Oh, Moment. Also jetzt glaube ich nicht unbedingt. Oh, jetzt sag mir nicht, das ist der Eingang. doch. Aua. Es scheint tatsächlich der Eingang zu sein. Boah, jetzt werde ich aber langsam best. Ja. ja. Erstmal hier alles ein bisschen versuchten zu seiten. Ich befürchte aber, dass das eben ja nicht der Höhlen-Eingang war. Jaja, komm, lass mich im Ruf. Den ich eigentlich wollte. Aber auch gut zu wissen, dass auch hier ein Höhlen-Eingang ist. Wer weiß, wofür man es dann mal braucht, ne? Äh, na, hier ist es nicht. Äh, nein, danke. Das Gruppen-Event möchte ich dann doch nicht. Also, kommt man da rein? Weil, ich denke mal nicht... Ja, vielleicht später. Ähm, Lebenswürdigkeit. Welcher von oben nur wie eine Felsspalte aussieht. Ja, das ist ein Platz vor. Äh? Äh? Nee, jetzt bin ich verwirrt. Das müsste... Genau, Sehenswürdigkeit, Rückzugsort. Ja, ja, ihr könnt mich mal gerne haben. Okay, das ist hier ein Schüssling. Moment, lass mich nachdenken. Äh, was... Bill? Oh nein, das bringt nichts. Nein, nein, nein. Muss meine Arbeiter zurückbekommen? Nee, zu spät. Alle weg. Nein, können nicht weg sein. Brauche sie jetzt wieder. Jetzt, jetzt. Da. Nö, auch nicht. Ähm... Ja, 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 ja. Äh... Mann. Oh, Mann. Auch nicht. Hä? Äh, irgendwie ist das ein bisschen sehr... merkwürdig beschrieben. Das soll doch da sein. Oh. In einer großen Höhle. Sehenswürdigkeit, äh... welche von oben nur wie ein... eine Felsspalte aussehen. Auf der ersten Platz vor. Äh... Meinen die hier die Höhle, wo wir eben waren? Nanometer. Na... Nee, hier nicht. Ich verstehe es nicht. Warum kann man das nicht etwas vernünftiger... Ja, ich schreibe. Oh, ja, oh... Nee! Nee! Lass mich zu! 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 Jetzt gehe ich mal auf große Höhle. Um... Okay... Okay... Ist das echt... Oder ist da echt die Höhle mit gemeint? Hä? Na komm! Ich gehe da nochmal dahin. Ach ja, dann gehen wir doch auf den Zeiger. Zu wenig Platz auf dem Ort. Oder zu viel Platz. Was ist das? Nein, ich gehe mal in die richtige Richtung. Da soll ich das Schweberochen... Juck! Okay, hier ist keiner. Na hier ist ja nur die Höhle Ihr lasst mich bitte in Ruhe Ich hab gesagt, ihr lasst mich in Ruhe Oh also hier Oh oh Ähm Also sonst Sonst wüsste ich jetzt tatsächlich nichts mehr, wo das sein könnte Schnell Ja Nee Hier ist nichts Och ne, heute kein Bock Auf dem ersten Vorsprung Ja 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 Und hier ist auch nichts hier ist grundsätzlich ja ja quatsch nein totenhaus brauche ich auch nicht mehr hier wollte ich hin große höhle nee ich glaube ich habe es gefunden verkehrte richtung was für ein kampf ich muss hier nämlich erst mal zu dem zurück könnte zwar komplett verwirrend oder ist komplett verwirrend und zwar ja ja ist hier der höhleneinlass und hier irgendwo genau da die kriegen erstmal hier ordentlich ihre rücke voll hier Die Stich-Gruppe ist halt Wir müssen gerade den Weg mit dem Punkt Hier Noch drin Da sind wir vergessen die Trümer Boah, wo kommst du denn her? So, also auf den ersten Vorschlag. Das heißt, also laut... Und da haben wir das Feuer. Und da haben wir das zu. Okay. Das heißt... Ne, hier ist es auch nicht. Hier auch nicht. Äh... Also wir sind schon... Hier haben wir... Das. Den Punkt haben wir aber schon. Und zwar laut den... Soll... Das Ganze hier sein. Oh, genau. Oh, du durfst. Oh, du durfst. Ja. 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 Hier haben wir nur die Seiten. Oh, du durfst. Oh, du durfst. Oh. Das ist ja wieder was an. Oh. Nice. Nice. Ne, das ist wieder was anderes. ist. Gibt es das einen Zeitpunkt, um die... Klicke auf den Zeitpunkt, um die Vision zu laden. Hä? Auf welchem Zeitpunkt? Ja, das soll... soll hier sein. Die Wut ist mein... So, ich habe nämlich hier langsam so einen leisen Verdacht. Also, entweder bin ich tatsächlich in der falschen Höhle, aber das kann eigentlich nicht sein. Ne, das ist die richtige Höhle. Und das ist hier auch der richtige Punkt. Die Idee ist... Äh... Vor allem diese Aussage... Klicke auf einen Zeitpunkt, um die Vision zu laden. Und die soll... Wie heißt das? Ne, da ist auch kein... Da ist auch kein Mitril. Ich glaube, ich habe da leider so einen kleinen Verdacht. Aber ich werde den gleich erst mal testen. Aua. So, weil der soll... So. Ähm... Ne, das ist ja reichklippen... Königstal... Holbrack. Ist ja egal. So. Hm, da muss ich jetzt tatsächlich mal was gucken. Ach, sorry. Ja, der soll da sein. Ähm... Ja, kann ich auch hier machen. Einmal bitte suchen. Medi... 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 Nein. Okay. Und hier... Medi... Auch nicht. Gut. Dann kann es daran schon mal nicht liegen. Charakterauswahl. Oder ich muss mit ihm nochmal sprechen. Muss dann hin. Boah, Mann. Machen wir nochmal. So, jetzt weiß ich ja, wo der... Eingang ist. Wie können wir den Geschmiedeten aus dem Weg gehen, wenn wir wieder unterwegs sind? Wir werden nach Osten müssen. Hoffentlich sind wir weit genug im Norden, um nicht auf Erweckte zu stoßen. Die Geschmiedeten haben uns zumindest am Leben gelassen. Seid ihr euch sicher, dass es besser ist, ein Aufeinandertreffen mit den Erweckten zu uns geben? Alter! Wie gesagt, ich weiß es nicht. Aber der größte Reißhauer wird uns zumindest mehr Decken bieten, als die offene Wüste uns aus Erweben. Ich will hier so oder so durch die Schicksalsschlag bringen. Oh. Ah, wir können nicht gehen. Okay. Jetzt muss ich nur wieder den Höhlen, da ist der Höhleneingang, finden. Was? Was? Arbeiter sind alle abgehauen. Arbeiter sagen, was ist blöd und was kostet uns noch das Leben? Da ist es. Ah. Boah, ich mag die Sprüche. Diese Funke sind so glücklich. Wie blendet sie es? So, zum Beispiel. So. Meine Herren, war das jetzt aber kompliziert. Wie können wir den Geschmiedeten aus dem Weg gehen, wenn wir wieder unterwegs sind? Wir werden nach Osten müssen. Hoffentlich sind wir weit genug im Norden, um nicht auf Erweckte zu stoßen. Die Geschmiedeten haben uns zumindest am Leben gelassen. So, der nächste Punkt. Erhaltet Im Westen des Pfades der Propheten, nachdem ihr Wasser für sie gefunden habt, hinter einem Djinn bei der Sehenswürdigkeit, mit Gottes Willen. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo das überhaupt sein soll. Das ist stillbrennt oben oder so. Irgendwas mit stillbrenntbogen oder so. Ah, da. So ungefähr... Ich wollte gerade sagen, habe ich jetzt einen Klon, aber nein, war nicht. Dann sollen wir den Wasser abbringen. Okay. Nein, ihr lasst mich bitte in Ruhe. Wir sind hergekommen, um sicher vor den Erweckten zu sein. Und nun führt uns unser Weg geradewegs durch die Geschmiedeten? Wir müssen es nur bis nach Amnun schaffen. Von dort aus können wir die Wüste hinter uns lassen. Aber wer weiß, was uns im Norden... ...was nirgends sicher ist. Wenn ihr das glaubt, könnt ihr auch hier bleiben und mit den Doljaks sterben. Ich werde weiter nach Norden gehen, in Richtung der Hoffnung. So, und zwar war das da. Der Sehenswürdigkeit Synchro-Gasse. Ah, unentdeckte Sehenswürdigkeit. Äh, Synchro-Gasse sah ich schon. Synetik-Sackgasse. So. Ja, 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 ja. Gut, aber einmal bitte die Elite zünden hier. Aber wenn man es einmal weiß, dann ist das Ganze, glaube ich, auch hier tatsächlich ein bisschen einfacher. So. Genau, ein, zwei. Das heißt, dann brauchen wir noch drei Sachen. Ich bin mal wieder in meine Lieblingsrichtung. Wir sind hier gekommen, um sicher vor den Erweckten zu sein. Und nun führt uns unser Weg geradewegs durch die Geschmiedeten? Wir müssen es nur bis nach Amnun schaffen. Von dort aus können wir die Wüste hinter uns lassen. Aber wer weiß, was uns im Norden erwartet? Was, wenn es nirgends sicher ist? Wenn ihr das glaubt, könnt ihr auch hier bleiben und mit den Doljaks sterben. Ich werde weiter nach Norden gehen, in Richtung der Hoffnung. Treibsund und dann kommt der Letzte und dann kriegen wir auch noch mal einen Punkt. Äh, apropos, was haben wir eigentlich? Wann kriegen wir eigentlich? Äh, mit 13.000 kriegen wir das nächste. Äh. Upsala. So, Treibsund. Wo haben wir den Treibsund? Der Treibsund. Ist das das Ding hier? Ne, das kann nicht der Treibsund sein. In Tausch gegen Adlers Anleiteteilabalm. Im Tausch gegen Adlers Anleiteteilabalm. Treibsund. Da. Treibsund. Wie weit sind wir davon entfernt? Na, komm. Da. Gehen wir jetzt schnell rüber. Na, ja, lassen wir schon rüber. Wir sollten uns in Ruhe lassen, habe ich gesagt. Hmm. Ouch. Oh no. Hydra. Hmm. Ich mag die Hydra nicht. Okay. Oh, okay, das ging jetzt schnell und der letzte ist in der Richtung, na, na, wo ist das Ding? Hm, da, Richtung Trockenfelder, da reise ich aber vorher hin, oh man, genau, zack, und zwar, Mauer, Mauer, so, da hinten, okay. Och Leute, jetzt reicht es mal. Oh, äh, bei, nein, verbannt, oh, äh, äh, wo ist die denn jetzt hin? Bin, ne, ich bin auch auf der falschen, upsala, falschen Seite, das soll ja, hey, wenn, hier sein, na, sie müsste das sein. Ah, schön, nächster Punkt. Ach, geil, das heißt, jetzt fehlen nur noch vier Punkte. Äh, Quatsch, drei. Äh, so. Äh, wie viel? 63 haben wir, okay. Ja, äh, ja, ähm. Ja? Ah. Was? Äh, der Kriegsfaktal, der Nebel. Herz of Fire. So, Wüstenhochland. Wüstenhochland. Das wären eins. Zwei. Okay, da würden wir auch noch mal zwei Kriegsfaktal im Wüstenhochland. So, ich gehe schon mal hier auf, äh, verlorenes Wissen Wüstenhochlandes. Grab der altehrwürdigen Könige. Ist das ein, ne, das war Kristallwüste. Ach, da war ich, war ich noch gar nicht. Okay. Egal. Da kriegen wir dann auch noch, auch bestimmt noch, hier, Fertigkeitspunkte. Oh, äh, Himmelsschuppe. Na, komm. Uh, uh. Okay. Äh, so. Hm? Nee, geht tatsächlich nur eine halbe Stunde. Was hat man da? Vitalität, etc. Ja, komm, reisen. Ja, komm, reisen. Ja, durch das Portal. Oh, Mann. Hm. Jupsala. So. Verzeihung. Hättet ihr kurz Zeit? Äh, nein, hätte ich nicht. Also, zumindestens nicht aktuell. Also, zumindestens nicht aktuell. So. Ich würde sagen, wir... Also, ich weiß nicht, ob ich hier schon... Punkt habe, ja, zwei von sieben. Ja, halt durch das WVW, ne? Ja. Ernsthaft. Gut, das ist mein. Ja. Ja. So. Ich glaube, aber... Was hier das Wüstenhochland betrifft. Ich werde den einen Punkt hier noch gucken, ob wir den uns schnappen können. Also, ich werde den uns schnappen können, ob wir den uns schnappen können. Wir bleiben jetzt kann es. So. 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 oh ja ich hätte jetzt auch härter erwartet aber egal da ist die sehenswürdigkeit kriegt das hin oder braucht er hilfe oh die hat schon 366 dann würde ich sagen ich werde mich hier erstmal wieder an den anfang stellen ja morgen quatsch morgen eventuell am freitag geht es dann hier weiter mit der vorbereitung zu eod also end of dragons ich werde es dann auch glaube ich end of dragons nennen mal gucken ja also ich muss sagen mir hat es jede menge spaß gemacht stärke dann werden wir diese leichen ins grab befördern euer trotz bringt euch gar nichts hier am ende aller dinge sie greifen uns aus dem westen ja man ähm wobei da sind ja jetzt ein paar leute ich weiß nicht ob die die ich bin es leid jokers marionetten niederzumetzeln ihr habt uns ganz schön aufs rap gehalten sonnenspeer schickt diese leichen ein für allemal ins grab ja klauer ja haua ja äh ja 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 ich werde Uppsala. Ja. Äh, hä? Ich werde... Oh. Na, ob ich den hab, weiß ich noch nicht. Ähm. Na, hast du mich endlich besiegt? Immer noch nicht. Sag mal, was ist das denn für ein Schwächling? Na, egal. Ähm, also entweder kommt jetzt Sonntag, äh, ähm, Freitag, der nächste Screen. Oder... Dann... Moment. An dem Event will ich noch kurz teilnehmen. Aua. Auch wenn das... Folgen halt ist. Die Schäte sind noch ein Rhyte-Rhyte-Rhyte. So, ähm... Also die Schäte sind noch ein Rhyte-Rhyte. Dann brauchen wir... Ja, wir sind hier Rhyte-Rhyte. Und dann stehen wir von den... ...und dann stehen bei der... ...und dann stehen wir vom... ...und dann haben wir... ... und dann... ...adon. Oh, das kann ja sein, dass ich hier noch ein weiteres Anliegen würde haben. Wir sollten unbedingt vorbereitet sein, wenn sie wiederkommen. Bauen wir unsere Verteidigung wieder auf. Genau, mach das mal. Gute Idee. So, jetzt aber wirklich. Alles reparieren. So, hier nochmal alles benutzen. Das ist die einzig vernünftige Richtung. Ja, ja. Ich muss nur meine Sachen einsammeln, bevor ich aufbreche. Das ist äußerst bemerkenswert. Irgendwann werde ich mal 250 Kisten haben. Und dann... Und dann... Ja. Hm? Äh... 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 Doppelklick, um euren Spielbrochen damit zu füttern. Okay. Ah, geht nur einmal pro Tag. Okay. So, dann verkaufe ich noch den Schrott. Wenn ich dann hier einen Kaufmann finde. Wenn ich dann hier einen Kaufmann finde. Und dann ist wirklich Schluss. Ähm... Das ist jetzt der Kaufmann. Äh... Äh... ... Schwott verticken. Ja. Die Gille der Blut hier, die werde ich glaube ich wieder verkaufen. Ja, komm. Werd glücklich damit. Werd glücklich damit. So. Also wie gesagt, mir hat es jede Menge Spaß gemacht. Hier geht es dann das nächste Mal weiter. Wenn ihr mögt... Oh, halt doch mal den Sammel. Okay. Wenn ich meine... Äh... Wenn ich meine... Abmoderation mache. Mann, 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 Mann. So. Jetzt dürft es eigentlich soweit ruhig genug sein. Also. Wie gesagt, bleibt gesund. Wenn ihr mögt, bis eventuell Freitag. Ansonsten geht es am Montag weiter. Hier in Vorbereitung zu End of Dragons. Also EOD. Dann mit Teil 2. Und hier in der... dem Wüstenhochland. Ja. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Außer das, was ich schon gesagt habe. Bleibt gesund. Wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Eine angenehme Nachtruhe. Gehabt euch wohl. Euer... Wulff... Mingan. Euer...